Ein außergewöhnliches Ereignis auf dem Vorplatz der Technischen Universität in Innsbruck. Bei der Red Bull Gravity Challenge dreht sich alles um das Ei. Wobei das Ei aus einer Höhe von 15 Metern heil am Boden ankommen soll. Dementsprechend kreativ sind die unterschiedlichen Flugobjekte, die das Ei heil zu Boden bringen sollen. Unter dem strengen Blick der Jury nehmen einige außergewöhnliche Flugobjekte teil. Die Maximalzahl an Punkten, die die Teilnehmer erreichen können, liegt bei 12. Abzüge gibt es unter anderem, wenn das Ei nicht heil am Boden ankommt. Zahlreiche Fans verfolgen aufmerksam die kreativen Flugobjekte und freuen sich schließlich über den Sieger. Eine Torte mit brennenden Kerzen. Als Preise warten ein Fallschirmsprung Happy Fitness Abos und Red Bull Party Packages. Fazit, eine ungewöhnliche Veranstaltung, bei der die Teilnehmer mit Kreativität und technischem Geschick für unterhaltsame Momente sorgen und natürlich auch einen guten Grund zum Feiern bieten. Outro Outro